Game Peas und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. I'm not alone. Hab ich auch gemacht. Ich bin jetzt der Einzige, der auf Kanal 2... Ja, denk dran. Du musst rechts und links davon immer noch ein Kanal frei bleiben. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwas scheint NetColon gemacht zu haben. Ich hab heute noch keine Spannungen gehabt. Nix. Keine Abspacken, nix. Boah. Ach komm. Mann, wie oft ich schon in dieser scheiß Leiter war. Aber ohne Scheiß von der Leiter wieder wegzukommen, ist so bockschwer einfach. Ja, Chris, warum hast du heute kein LAN-Kabel gekauft? Weil ich das morgen über die Dingens besorgen werde. Ja, hoffentlich. Ich hab einen Link in die Marionettengruppe hier reingemacht. Fünf Euro und ein 20 Meter LAN-Kabel. Flachband. Ganz einfach zu verlegen. Kannst du auch durch Türen durchlegen und alles. Vielen Dank, dass du mir diesen Tipp gibst mit, kannst du auch durch Türen durchlegen. Weiß ich zu schätzen. Du Arsch. Wieso? Du hast doch ein Dings. Loch in der Wand. Ja, das ist ja das. Weißt du? So nach dem Motto. Spachtel ich jetzt das Loch zu und legst durch die Tür. Das war ja für Dings. Ah, auch nicht schlecht. Was denn? Ich brauch nicht neu. Doch jetzt. Wie lange hat bei dir die Lieferung gedauert? Das Ding war am nächsten Tag da. Wow. Leute, drei Minuten sind übrigens seit fünf Minuten. Ja. Ja, aber die Frage ist, wohin springen wir? Äh. Jetzt sagen wir, beenden das Level, oder? Ne, Level beenden ist nicht. Das ist halt wahnsinnig viel. Ja, warte mal. Ich komm mal gucken. Äh. Wo geht das denn, Alter? Das geht hier noch weiter hoch. Oh Gott, hier. Ja, okay. Wir haben uns echt eine bockschwere, äh. Ja, war bei Rage Tower ja gar nicht abzusehen, du Leuchter. Das geht da oben noch hoch. Hier. Also von, ja. Frag's aber, wie übelst du das? War jetzt schon, zwei oder drei Mal war ich hier. Wo ich jetzt stehe. Ja, aber mit den Leitern, das ist übel besonders für Chris und Gerd als Anfänger. Ja, komm, wir gehen nach oben, würde ich sagen. Wo oben? Ja, hier. Hier. Ach, komplett, ja, dann hast du sie doch komplett beendet. Ja, dann machen wir das. Da ist doch nix mehr. Ja, dann machen wir das. Ich hätte halt gesagt, die Sprünge kann man noch machen, oder nicht? Welche? Ja, ab hier geht's ja noch weiter. Ab hier? Dann können wir ja sagen, warte mal, dann können wir ja theoretisch einfach sagen. Ab hier. Ja, genau. Wir verbreitern das Ganze einfach ein bisschen. Nein, damit wir mehr Platz haben. Zum Spawnen, meinst du? Ja, zum Spawnen, damit wir nicht alle ineinander stehen. Ja, ich spawn hier an der Ecke. Wobei, hier muss man schon irgendwie... Ja, hat geklappt mit dem Spawnpunkt. Gerd, soll ich dich TP'n? Na, Gott, ey. Nein! Oh, shit. Teleportier mich bitte. Obwohl, doch hat es funktioniert. Äh. Wohin? Ich wollte dich gerade zu mir teleportieren, aber das ging gerade nicht. Ist ja so lang. Du musst da an den weißen Ohren fahren. So, hier kannst du... Jetzt such dir hier einen Block, weil wo du gerade stehst, da ist mein Spawnpoint. Hier meinst du? Mhm. Wie willst du denn da laufen? Ja, wie willst du denn da laufen? Du musst springen. Du kannst ja... Du musst um die Ecke. Du kannst ja... Du kannst ja... Welche Ecke? Hier. Hier. Die Ecke. Da hinten. Oh, sorry. Du brauchst auch achteinhalb Jahre, ne? Tschüss. Wie bist du denn da rübergekommen, ey? Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Hier. Halt herab. Hier, Gerd. Boah. Ne, Gerd, 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 hier. Gerd, hier. Ja, ich würde gerade gucken. Ja, da und dann wohin? Da oben drauf, oder was? Nein, nein, dann, äh, da oben. Mist. Ja, nicht da unten, Mayo. Aber, Nick, geht das nicht hier lang? Ne, hier geht das nicht lang, okay. Was? Ne, ist okay, ist okay. Das ist doch scheiße. Könnte es sein, dass wir hier an einem Punkt sind, wo es gar nicht weiter geht? Doch. Doch, das geht weiter. Yes. Ja, wenn er dann auch gesprungen wäre, ne? Dann wäre man auch ein Stück weitergekommen. Aber, Nick, äh, Gerd, äh, und etc. pp. Gerd, schlafen wir so. Guck. Was machst du da an? Was ist das denn für eine Cheaterei hier? Was denn? Mario, so, guck. Ja, hat gut funktioniert, Nick. Ne, davor zweimal funktioniert. Du Schmock, spring doch. Ach. Ey, aber da hinten rüber zu kommen, das finde ich übel. Ach, hab ich aber schon ein, zwei Mal geschafft. Aber danach werden die Sprünge auch wieder so fies. Ja, aber was willst du da unten? Da hat er eigentlich recht. Wo unten? Ne, nicht da unten. Was habt ihr denn jetzt? Ne, der, der, der nix macht. Auf die Bräunlichen da unten. Was wollt ihr auf dem da unten? Nein, wir fallen da immer runter. Du musst eigentlich... Du musst... Warte mal, ich flieg den Weg mal ab. Ja. Du musst... Hier drauf. Dann hier hinten hin. Dann da hin. Da hin. Hier rüber, hier rüber, hier hoch. Dann... Warte mal, wo geht's denn dann lang? Genau, dann musst du, denke ich mal, hier rüber, da. So. Hier außen rum, auf dem Block. Hier hoch, da lang, da lang. Und schon bist du da. Oh, shit. Das war nicht der Plan. Ups, jetzt hab ich den Block ab, aber... Spiel ich keine Rolle. Ach, der Chris ist wieder mal abgekackt. Ja. Was mach ich denn? Alter, Mann. Wow. Wow. Wer fällt in die Lücke? Ich. Nein. Oh. Kacksprung. Alter, als... Als Anfänger den Rage Tower. Das ist so übel. Ja, du bist ein Trottel. Sucht er sich direkt was aus, wo auch Rage drin steht, weißt du? Ach, das ist doch asozial einfach nur. Ey, komm, ich war so... Fick dich doch. Ich war so weit oben. Der Papa ist am Aufnehmen. Hallo, Gerd. Klopp, klopp. Tschüss. Die Ringer ist gar nichts, da unten zu stehen. Ja, doch. Ich hab mal Spaß. Komm, komm. So ein Arsch. Arschloch. Tschüss. Mein Platz. Nö. Äh. Geronimo! Wer war das jetzt? Uff. Aua! Geil. Ich hau ihn. Fünf Sekunden später. Aua. Weißt du, was ich faszinierend finde? Dass Gerd noch kein einziges Mal gekocht hat vor Wut. Oh, hoppala. Sag mal, Gerd. Das hast du nur noch nicht mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht vorhin auf den Tisch gehauen? Ich dachte, das wäre Chris gewesen. Ne, das war Gerd. Tschüss. Und tschüss, Chris. Welche... Oh, Alter, fick dich. Oh, Mann. Oh. Schweinepriester, Alter. Schnell hier weg, bevor der mich auch noch haut. Und der Chris wieder in Zeitlupe, weil er es kann. Du... Pfff. Denk... Nein! Der Chris klingt teilweise wie R2-D2, ne? Ja. Oder C3-P. Ey, ich war so weit. Ich war fast durch. Ohne Scheiß. Yo. Ich weiß auf jeden Fall, wer die Gesamt-Challenge gewinnt, hier in dem unteren Bereich. Das wird nix sein. In welchem unteren Bereich? Ja, in dem hier. Bis wir oben in den... Bis wir oben in den bunten kommen, hast du hier unten die meisten Punkte geholt. Ja, okay. Das kann sein. Wobei, wenn es so weiter geht, hole ich auch keine mehr. Also, ich weiß nur eins. Wenn wir diese Map durch haben, fangen wir mit etwas Leichterem an. Wäre vielleicht klug gewesen, erst was Leichteres zu nehmen und dann diese Karte. Ja, das Problem ist, die sind nicht in schwer oder so kategorisiert, sondern halt in gut oder schlecht. Ja, wenn das Ding schon Rage Tower heißt. Aber die Map... Das ist ja mehr als Verrat. Ja, aber die Karte funktioniert. Sie ist schaffbar. Sonst wäre sie ja nicht online gewesen. Die funktioniert, aber doch nicht für uns Anfänger. Ach, ich kotze ins Essen, ey. Nee, bis es scheiße schmeckt. Ja, bis es richtig scheiße schmeckt. Nein! 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 Nein!